So, da wollen wir einfach mal schauen wie es heute läuft, ne? Wollen wir einfach mal schauen. Es hat wohl immer Zeit sich jetzt hier aus dem Scheiß hier Schlampe rauszukämpfen, von dem er ja auch gebrockt wurde, weil das Spiel sich denkt, das ist richtig. Wollen wir mal hoffen, dass alles gut geht. Ansonsten bin ich ein sehr saurer Typ und ich möchte eigentlich ein ganz saurer Typ sein, was das anstrengt. Das ist wahrlich einfach anstrengend. Und Anstrengung sollte man auf jeden Fall vermeiden, weil Anstrengung ist anstrengend. Am Ende liegen jetzt irgendwelche Flachborden. Ich sehe das eigentlich schon da vor mir, ne? Ja, vielleicht liege ich falsch und ich sehe das nur falsch. So negativ. Kann im Rahmen der Möglichkeit liegen. Kann aber auch sein, dass ich voll schwarze Treffe sehr sauergleich sein werde und das Spiel einfach beenden werde. Liegt beides durchaus im Rahmen der Möglichkeit. Ich bin schon unglücklich. Hallo Amigos! Ich bin richtig unglücklich. Was ist das denn für eine Piet-Stimme? Ist mir nicht ein Stimmenbruch gekommen oder was? Das wird jetzt so ein Ding sein, Reinhard voll zu healen, oder? Nö, die haben keine Zarya, die einen einfach wegschmilzt. Was ist denn mit dem los? Was macht der denn da? Hören Sie sich auch auf. Hören Sie sich auch so zu spielen wie ich? Das ist ganz schlecht. Eine ganz, ganz schlechte Idee. Ich muss sagen, einerseits bin ich echt glücklich, dass Kielko jetzt in Rank 3 ist. Andererseits überhaupt nicht. Ah, ich kann nicht healen. Scheiß, scheiß, äh, Healsblockade von Anna. Äh, Jungs, wir müssen das jetzt mir anders regeln. Hallo? Hilfe? Oder so? Muss ich mich jetzt mal blocken? Ja, okay, da hat der natürlich für mich geblockt. Dauerlich. Ja, nee, jetzt... Oh, so, du kannst ja keinen Aim. Sonst hätte ich jetzt gleich... Was war das denn für ein Ulti jetzt von mir kommen können? Der hat halt for real von mir kommen können, ne? Da reinhaut, der mag es halt einfach in den Gegnern drin zu stehen. Die Ulti war aber wiederum strong. Die war wirklich strong, das muss man sagen. Vielleicht zwei Leute ausgeschalten, sehr gut. Na, das kann man nochmal fortsetzen, noch nicht. Wir haben eine Riese. Na, das lassen wir mal, ich will hier weg. So, bitteschön, viel Spaß mit eurer Heilung. Okay, Lucy, das war keine Ahnung, was der Move, aber er hat nicht funktioniert und das finde ich gut. Kann ich hier auf den drauf klettern? Nein, kann ich nicht. Schade. Hätte ich schon gut gefunden, wenn ich das hätte drauf gelangen können. Aber ein Hanzo... Hanzo, willst du dich mal zeigen? Nee. Das ist jetzt extra schlecht. Weil meine Nase juckt auch noch, das sind doch manche schlecht. Das heißt, ich drücke zu ihm. Wir sind halt ziemlich falscher Streit. Der Reinhard macht halt schon eine Reinhard-Dinger. Erstmal mit deinem Visier. Ich möchte nicht deinem Visier sein. Wir müssen... Wir müssen das jetzt nur noch eine Minute dreißig durch. Ja? Was soll da schon schiefgehen? Was soll eine Minute dreißig durch? Da kann er eigentlich nicht verschiefgehen. Wenn wir hier ein bisschen Kaffee trinken, ein bisschen Tay trinken, dann ist alles gut. So, hier noch ein Spiel rein. Da ist ein komischer Kack-Soldat. So, dann Ulde ich hier nochmal hier und da ein bisschen, ne? Die kriegen ein bisschen Damager durch rein und alles ist gut, ne? Wir sind alle glücklich. So, ein bisschen unsterblich noch machen, wollen Blut sterben. Das macht ein Reinhard, Reinhard! Reinhard sei nicht so reinhautig. Der macht das die ganze Zeit schon, das macht mich nie glücklich. Ich hole jetzt auf. Ey, ey, ey. Stopp. Stopp mal. So, jetzt hier nicht, mein Freundchen. Mach dir die ganze Zeit schon einfach da voll rein spinnen. Da ist einfach voll Bock drauf. Ich hab da wiederum gar keinen Bock drauf. Also, um eine Frage zu meinem Wort. Ich habe mich als Tank in Suba 3 gekämpft und man merkt, dass der Punkt überschritten wurde, wo einfach jeder Bronze geschmissen wurde. Ich habe, das ist die einzige toxische Brühe an Vollidioten. Die meinen, sie könnten was. Und dann kommen sie mit, äh, fünfen, 20.000, mit 5.000 Miel an. Nach 20 Minuten. Oh, ich hab ein Problem. Ich hab ein ernstiges Problem mit 17 HP. Aber gut. Ich versuche hier noch ein bisschen zu heal. Hier ein bisschen drücken. Und dann sollten wir das irgendwann haben. Okay, bock ich. Die sind so trash. Ja, die sind wirklich kacke. Ah, die haben mich gesehen. Nicht gut. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Zarya einfach nur mittlerweile nur noch hassen gelernt habe, weil die so viel Damage macht und einfach nur frech ist? Ich hoffe, ich hab das schon mal gesagt. Finde ich habe es jetzt gesagt, ne? Aber ich glaube, das ist der derzeit der nervigste Charakter in diesem Spiel. Da wollte ich sogar lieber bashen und gegnert hier mal mal Simbromo. Der geht mir einfach nur unglaublich auf und sagt, mehr macht er nicht. Und er röste sich einfach so unglaublich schnell weg. Und dann kann er sich noch quasi und sterblich machen durch diese Schuld. Nicht nur... Ne, nicht nur quasi. Es ist nur noch schlimmer. Der macht dadurch noch mehr Damage. Die letzten Bonobos als ich mir jetzt... Das ist ein Bonobos. Ja, das kam zu spät leider. Och ne, nicht die Firm, Rosie. Ich seh jetzt doch nicht, aber schießt er jetzt einfach rein. Niemand kann mich aushalten! Junkrit, helfen sie mir! Vorsicht, wir sind in der Unterzahl! Dieser Kackstrahl, wirklich! Dieser Damage davon ist frech. Das mach ich jetzt hier. Ich hab jetzt hier ein Problem oder so. Nee! Kommen die noch rechtzeitig? Nein! Gar nicht mehr rechtzeitig! Nein! Ich dachte, es kriegt die noch! Och, Mann! Nein! Schnauze! Saria! So! Alle kriegen hier einen Unkreis, sonst sind wir! Du, verpiss dich bitte mal genau ins rein! Dankeschön! Geht doch! Das ist doch schick! Soll ich mir ein Schickenbrot dann? Viel Spaß dabei! Und lass dir schmecken! Oh-oh! 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 Stopp! 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 Das lassen wir mal! Schön weg bleiben meine Freunde! What? Die Verrobener wurde immer wieder. Das wird nisch! Oder? ne da konnte ich zwar ganz schnell hinkommen aber obwohl mein team ist oder da die zahl kann ich nicht aushalten eigentlich würde ich keine zweite runde haben ach man das feld das hält nicht machen so einen der menschner sieht man einfach so sehr die frau und die zahl ja die fetzen einfach bräuchte irgendwas gegen die vor irgendwie oder einfach irgendwas anderes doch krass das was auch immer das sein soll weiß nicht was ich davon halten soll dass sie so rein forschen haben wir heiler nicht mit der ladung stehen die alte ist die weniger borde die entfernt oder was du das eigentlich überlegt wegen btb ich glaubt nicht dass die leute zusammenkriege ja du hast deine rechte strafe aber kommt einfach nicht mehr ach so wird die wird die wahrscheinlich aus der rotation genommen kommt wahrscheinlich jetzt die rotation betreiben die nicht entfernt wurde obwohl glaube ich kann man kasten geben ja dann ist ja auch nur nicht nur map rotation drinnen die werden die wahrscheinlich pro season anpassen die map rotation so würde ich mal tippen naja ich habe immerhin reaper gekillt ja ich wurde zwar von soldier weggefallen hat aber ich habe jetzt dass mir gleich durch die kunde also die maps welche man dann momentan nicht bekommen kann dann aber real zur havana blizzard aber okay ey lass das mal wir haben jetzt in frank queddon das gilt mir jetzt ehrlich ich sag nicht so dass mir war ich nicht so wo hallo so bitteschön viel spaß mit der ulti so die starverein ja müsste es mal durchschieben ich möchte das jetzt wirklich sonst haben wir beide nicht so viel zeit so unschön nicht so viel zeit haben okay aber wenn wir nicht so viel zeit haben ist noch schlecht das gefällt mir ziemlich gut wir haben im lüse mehr zeit sehr gut so bitteschön hallo ein schwein wir haben ein schwein er hat verkackt ja auch aber bei der ist schlimmer bei mir wäre es so schlimm gewesen wenn er nicht verkackt die haben schon gar bock mehr die lieben aber sehr gut dann haben wir es gewonnen als bockener keine beschränkung als zugescheiß anzustellen möchte gewinnen aber das haben wir jetzt gewonnen das finde ich so zeit für immerhin weil das über zwei mal irgendwas